Oh, die Tiere, die die hier drunter gemacht haben, das ist echt einfach genial gemacht. Ich kann da... Das ist einfach so genial gemacht. Oh, ich weiß nicht. Ich bin so schwer begeistert. So schwer begeistert bin ich. So, und auf nach oben. Gibt es noch eine... Achso, die gab es ja vorhin auch schon. So, wunderschön. Okay, da sieht man jetzt, dass wir das schon benutzt haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt eigentlich hin müssen in der Hauptmission. Und mir ist noch irgendwas aufgefallen, womit war ich noch irgendwas aufgefallen. Das wollte ich auch noch mal euch zeigen. Jector Upgrades, Asphalt Upgrades. Hier genau, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Pistollensets... Nee, gerade schon, Moment. Herstellung, hier genau. Pistolenauts und so in Spaß. Buckelwahlhaut, Gesundheitsupgrades und so. Das müssen wir ja auch noch irgendwie machen, weil hier gibt es ja auch noch Übelziehung, was wir besorgen können und so ein Zeug. Also wir dürfen wirklich nichts mehr verkaufen. Fortschrittsanzeige, Moment. Guck mal hier nochmal. Hauptsequenz ist schon zu 38% voll. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt hier? Nebenmissionen, Fundstücke, Nebenaktivitäten. Wir müssen echt wesentlich mehr Nebenzeug machen. Aber eine Hauptmission mache ich jetzt noch. Kommt doch mal an, wo die ist. Da hinten. Und dann schwingen wir uns aber mal auf See dahin. Oh ja, 6.000 Meter. Und dann kommen wir nämlich nebenbei, wir haben wie die 6.000 Meter segeln. Auch noch Nebenmissionen machen. Und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht mit dem Spiel hier. Oh, ich glaube, wir kommen gerade noch immer dazu. Wenn das so weitergeht mit dem Spiel, dann glaube ich, wird das wirklich der erste der vier Teile Ascension's Creed, die ich nach der Hauptmission weiterzocke. Weil hier gibt es doch so viel zu tun, einfach nur. Oh, was ist denn das da? Oh, was ist denn das? Was ist mit der Passiv? Ich konnte sie nicht ändern, aber... Na gut, dann halt nicht, ne? Die glauben sich wahrscheinlich die gegenseitig, deswegen ist das so. Naja. Ja, wir haben vor allen Dingen noch unsere Bucht noch gar nicht so richtig ausgebaut. Wir müssen auch noch das Schiff ausbauen. Es ist einfach so viel zu tun, die Hauptmission. Vielleicht mal so ein Tipp an... Ich weiß, das guckt sich eh keiner von diesen Leuten an, aber... So ein Tipp beim nächsten Mal, vielleicht die Hauptmission einfach so groß machen, dass die Nebenmissionen in der Hauptmission erfüllt werden können, ohne dass man zu viele Nebenmissionen macht. Das heißt, man macht da mal eine Nebenmission, hier mal eine Nebenmission und trotzdem ist die Hauptmission so groß, dass die Nebenmissionen, äh, nicht am Ende noch alle gemacht werden müssen, das wäre vielleicht cool. Viele Nebenmissionen sind natürlich lustig, aber nach der Hauptmission geht dann auch immer dieser Spaß vorderen Nebenmissionen, Du brauchst es ja eigentlich für nichts mehr. Darum vielleicht... Oder man macht die Hauptmission so stark, das ist natürlich auch so, dass man die Hauptmission so ansteigern lässt in der Schwierigkeit, dass man die Nebenmissionen auf jeden Fall braucht. Das ist natürlich auch eine Option. Gab's bei der Session Skip verschiedene Spürrichtigkeitsgrade? Weiter. Um mal zur Gucken, Optionen. Sound allgemein. Helligkeitssprache untertitelt, deutsche Sprache, blut. Online, hadou, Steuerung, Grafie, Grafik. Sehr hoch, 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 niedrig. Gott-Race. Keine Ahnung, was Gott-Race sind, deswegen lass ich's mal lieber. Ich wollte irgendwas komisches einstellen. Lala. Schaffe ich's noch rumzuschlenken? Yay, Holz. Wir haben mein Holz gefunden. Total durchnäst, aber wir haben's gefunden. Moment. Da ist ein Animus-Fragment, das hol ich mir kurz. Aber man kommt auf diese kleinen Inseer nicht allzu häufig, deswegen nehm ich das immer gleich mit. So, solange möglich. So, wir können ruhig schraben, das ist auch nicht schlimm. Segel bergen. Wiederholen und aufgallen. Hauptsegel rein. So, und... Wups. Captain ist abgetaucht. Was war das gerade? Ist schon geil, unser Schiffchen. Ein heftiges kleines Schnittchen ist es. So, dahinten ist wieder... ...lünderbares Dach. Den man nur Holz hat, dass da kein Metall drin ist. Würde mich mehr freuen. Moment. Achso, okay. Und wieder zwei Dinge gefunden. Hallo. Den Rest schwimmt. Eigentlich könnte man sogar, wenn man... ...vieh Lust dazu hätte, ...den ganzen Weg geschwimmen, ohne das Schiff. Was passiert dann eigentlich? Weil dann bist du ja ewig weit vom Schiff weg. Kommst du dann wieder auf dein Schiff zurück irgendwie? Wahrscheinlich auch nicht so. Man muss wahrscheinlich eine Mission spielen ohne Schiff. Wenn du Glück hast, dann ist das Schiff irgendwie wieder da. Und sonst musst du zurück schwimmen. Das wäre echt mit bitter. Aber ich meine, wer fängt aufmitten am Meer... Und wer fängt mitten auf dem Meer auf einmal an, ...fängt von seinem Schiff weg zu schieben. So, was haben wir noch so auf dem Weg? Aber wir sind schon da. Das eine Einnehmungsfragmende haben wir vergessen. Aber wir können dieses Frack hier noch mitnehmen. Das gibt uns bestimmt eine ganze Ecke an... ...nebenmissionen, also sammelbaren Objekten hinzu. So, Hallöchen, Frack! Geht die Binde ab! Jo! Und nach unten. Drohnen 7. Einnehmungsfragmende 2. Oh, da können wir hier mindestens nochmal 2000 Dollar machen. So, da ist das Erste. Ich glaube, das ist wieder diese Truhe, die... Ne, die können wir so nehmen. Da blockiert nichts. 266, okay. Erste Truhe gefunden. Oh, Vorsicht, eine Moräne. Ich will es mal probieren, ich will es probieren. Krass, Alter, echt krass. Sie wollen die Moränen greifen an, mit Animation sogar. Ist schon echt geil gemacht. Also, kann man nicht... Boah, nee. Ich bin so stolz auf das Spiel. Ich bin einfach so stolz auf das Spiel. Äh, falsch, falsch. Mach den du! Edward! Ich will mal halt einmal noch rund rum. Oh, nicht... Oh, 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 oh. Autsch. Okay, und go. 180 gefunden. Ach, wenn ich das Ding... Wenn ich die Tauerklocke benutzt habe, fällt es danach zusammen. Weil ich die gesamte Luft natürlich rausatme. Aua, das hat weh. Und man kann hier unten selbstverständlich auch sterben. Wie das aussieht, möchte ich ehrlich gesagt nicht rausfinden. Aber andererseits auch doch wieder. So. Animus-Fragment. Und... Oh, Vorsicht. Das sind aber auch ein paar Tiere. Guck dir das mal an, einfach nur. Krass. Jetzt... Ja, genau. Wir haben so viel Luft daraus geholt, dass die Tauerklocke einwandig zusammenfällt. Jetzt muss ich irgendwie hier her. Das ist wahrscheinlich der Hauptschatz hier. Deswegen hole ich mir den später. Oh, ja. Das ist auf jeden Fall der Hauptschatz. Da ist noch eine Kiste. Moment. Komme ich denn da ran? Ach, da hinten. Okay. Ich muss auch auffassen, dass ich nicht die Kiste, wo ich durch die Stromung komme, nehme. Weil sonst... Porzellan-Teller-Service, okay. Okay. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, was klicken soll. Ich glaube, ich kann da gar nichts klicken. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal kurz eine Taucherglocke. Ich schwimme mal zu uns, obwohl hier unten ist einer. Okay, alles schön. So. Ach, der Balken wird sogar rot dann, damit er uns besser sieht. Alles klar. Das ist geil. Oh. Ich kann hier unten sogar die Sicht anmachen. So, ich schwimme mal mit dem Berg hier drüber. Dann sind wir über dem Berg. Oh, das ist ja lustig. Ach, das ist alles in dem Schiff hier drin, oder was? Die gesamten letzten Dunen sind alle im Schiff drin. Komm, ich... Oh, da sind die auch drauf. Ich sehe keine hier oben drauf. Das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich dann doch eher unten. Oh, oh. Oh, meine Luft, meine Luft, meine Luft, meine Luft, meine Luft, meine Luft. Schnell zur Taucherglocke hin. Oh, jetzt wirklich schnell. Okay. Ich glaube, ich muss da richtig rein in das Schiff. Na, komm schon. Das ist hundertprozentig auch gefährlich, da, diese Dinger. Ich muss gar nicht sagen, ich raff' gerade nicht, wie ich da reinkommen soll. Oh, äh, F, 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 F. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Äh, ey, 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 ey. Komm ich denn da rein? Ach, da. Wo bin ich? Ich rauf das nicht. Ah ok, da sind zwei Schätze drin. Jo, da ist auf jeden Fall schon mal einer. Habe ich einen Plan gefunden, der andere ist dann sicher hier unten drin. So. Vorsicht. Da ist einer, siehst du. Wusste ich's doch. 1095, das ist ja auch geil. Bemantelte Muschel, ach ne, bemalte Muschel, achso. Und hier muss noch einer sein. Ah, gefunden, alles klar. Da komme ich von hier nicht ran. Oh, jetzt ist was mit der Luft, knapp wieder. Vorsicht. Wir müssen zur Zauberglocke, anders schaffen wir's nicht mehr. Komm her. Wir haben die restlichen Dinger verbraucht, das heißt wir müssen jetzt für unsere Zauberglocke. Oh, sehr geil. So. Da heißt die Nuss nicht mehr und raus, ja. Und dann geht's wieder los. So, jetzt mache ich dasselbe nochmal. Dann können wir auf jeden Fall schneller hierher. Und der letzte Schatz muss dann theoretisch hier drunter sein. Ja, okay, das war doch giftig, war mir klar. So, wo bist du? Nanu? Ja, okay, gut, das tut weh. Ich habe nur was das sind, das sind...